Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Trading Video, zum Video Short-Setting-Tipps Teil 3. Und da geht es um das Thema Aktien, die sich in einer Price-Range bei ungefähr 80 Cent und 1,50 Dollar bewegen. Diese müssen mit sehr großer Sorgfalt betrachtet werden. Und da möchte ich jetzt genauer drüber sprechen, warum. Wenn eine Aktie nicht über 1 Dollar liegt, erfüllt sie nicht die Kriterien, um beispielsweise weiter an der Nasdaq gelistet zu werden. Somit wird ein Delisting riskiert. Das Unternehmen, was hinter der Aktie steckt, wird sein Bestes geben, um die Aktie über 1 Dollar zu halten. Es ist dann wirklich schwer, solche Aktien, die Momentum entwickeln und mit einem Abgeberöffnen zu shorten. Da das Unternehmen die Aktie über 1 Dollar halten will und alles dafür tut, kein Delisting zu riskieren. Aus diesem Grund fasse ich diese Aktie nicht an. Des Weiteren, das habe ich in meinem Video Short-Setting-Tipps angesprochen, sind zumeist solche Werte crowded. Überfüllt von Tradern, die alle dasselbe machen. Wir müssen uns immer die Frage stellen, wie viele andere Leerverkäufer haben die gleiche Handelsidee wie ich. Das Problem ist nämlich, wenn zu viele Shorts ein Trade zu früh eingehen, kann es sehr mies enden. Alle diese Short-Positionen müssen gedeckt werden. Was bedeutet, dass die Aktie mit zukünftigen Käufern gefüllt wird. Wenn die Trading-Idee der Gruppe falsch war oder das Timing nicht gepasst hat, werden die Leerverkäufer ihre Position entdecken und sich somit gegenseitig aus dem Handel quetschen. Folglich entsteht ein Short-Squeeze. Und das ist der Fall bei Aktien, die einen Micro-Float haben und Float-Rotation einsetzt. Mein Hauptaugenmerk liegt auf dem Float der Aktie. Ich shorte gerne Werte mit einem Float von über 10 Millionen Aktien und einer Marktkapitalisierung von über 20 Millionen. Das ist sehr, sehr wichtig. Bitte halte dich an diese Kennzahlen. Merke dir, niedrige Floats stehen für eine niedrige Gewinnrate beim Short-Selling. Bei Aktien mit sehr niedrigen Floats besteht ein sehr hohes Short-Squeeze-Potential, da diese anfällig für höhere Volatilität sind und das bei niedrigem Volumen. Das liegt daran, dass der Float sehr gering ist und solche Aktien nicht wirklich viel Volumen brauchen, um bewegt zu werden. Was bedeutet überhaupt Float? Ich wiederhole das Ganze nochmal. Unter Float versteht man bei Aktiengesellschaften die Summe der Aktien, die dem Börsenhandel frei zur Verfügung stehen. Stell dir eine Aktie als einen Kuchen vor, wobei die Anzahl der Aktien, der Float, die Scheiben sind. Dieser Kuchen kann in 10 Stücke oder 10 Millionen Stücke geschnitten werden. Dies knüpft dann das Konzept von Angebot und Nachfrage an. Wenn ein Kuchen 10 Millionen Scheiben hat und 1000 Menschen ein Stück kaufen wollen, kann jeder mit sehr wenig Konkurrenz zwischen den Käufern untergebracht werden. Wenn ein Kuchen 10 Scheiben hat und 1000 Leute ein Stück kaufen wollen, beginnt der Bieterkrieg und der Preis des Kuchens wird in die Höhe schießen. In beiden Fällen wollen 1000 Menschen ein Stück Kuchen, aber wenn das Angebot begrenzt ist, wird der Preis volatiler. Deshalb merke dir, ich wiederhole das immer wieder, Aktien mit niedrigen Floats sind anfällig für höhere Volatilität bei niedrigem Volumen. Das ist insbesondere für Lehrverkäufer wichtig, da höhere Volatilität sehr schnell zu einem Short Squeeze führen kann. Ein Beispiel für dich, damit du das Ganze besser fassen kannst. Wenn wir über eine Aktie sprechen, die einen Micro Float von einer Million Aktien hat und der komplette Float der Aktie, um das beispielsweise 15- bis 20-fache an jedem Tag gehandelt wurde. Das ist Float Rotation. Da sprechen wir von einem Crowded Movement. Das kann sehr, sehr Bullish sein oder bärisch, je nachdem. Wenn es keinen großen Einbruch gibt, ist die Aktie sehr wahrscheinlich Bullish. Wenn wir aber keine signifikanten Zeichen für eine klare Richtung der Aktie erkennen können, vor allem in Low Float Aktien, ist es ein No-Go, um eine Short umzusetzen. Ich halte mich beim Shorten von Momentum Aktien mit einem niedrigen Float ab 2 Millionen und abwärts, in der der Floatbomb beispielsweise das 10-fache gehandelt wurde, generell fern. Diese Ticker, die sind einfach unberechenbar. Ich weiß, dieses Video war etwas komplexer und geht mehr ins Detail. Deshalb schau dir die Videos Short Selling Tipps Teil 1 und 2 an und das Video Order Buch Grundlagen im Trading. In diesen Videos habe ich das Ganze sehr ausführlich besprochen. Dieses Video Short Selling Tipps Teil 3 soll einfach eine Ergänzung sein. In diesem Sinne, ich wünsche dir alles Gute und bis zum nächsten Mal.